Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Rudi Assauer ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Urheberrecht gett die Images. Auch beim Schalker Erzrivalen Borussia Dortmund herrscht Trauer über den Tod von Rudi Assauer. Der BVB spielt im Gedenken an seinen Ex-Spieler mit Trauerflor. Bundesligas Borussia Dortmund wird im Gedenken an den verstorbenen Rudi Assauer am Samstag 15.30 Uhr gegen die TSG Hoffenheim mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es vor dem Anpfiff eine Gedenkminute geben, das bestätigte Manager Michael Zorc am Freitag. Der langjährige Schalke-Manager Assauer hatte sechs Jahre lang für den BVB gespielt und mit dem Verein 1966 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017